Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und wie ihr bestimmt schon heute den Titel gesehen habt, geht es heute mal um das Thema zivilisatorisches Hexagon nach Senkhaz. Falls dich genau für das Video heute interessiert, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du bis zum Ende dranbleiben würdest und dann fangen wir direkt mal an mit dem heutigen Video. So kommen wir zunächst einmal zu der grundlegenden Erklärung, worum handelt es sich hier überhaupt. Und zwar erstmal zu Senkhaz, der eben dieses Hexagon erstellt hat. Tita Senghaz beschäftigte sich mit dem Frieden in Ländern, speziell nachher in Europa. Und er hat versucht, seine historischen Erfahrungen aus der Vergangenheit auf ein Modell anzuwenden, um den Friedensgrad eines Landes zu bestimmen. Dennoch gilt auch dieses Hexagon als Leitfaden für Länder, in denen kein Frieden herrscht. Also dieses Hexagon könnte dafür benutzt werden, um zu gucken, wie könnte man den Frieden jetzt in einem Land herstellen. Des Weiteren enthält das Modell verschiedene Faktoren, die sich gegenseitig bedingen und für Frieden sehr wichtig sind. Also wenn ein Faktor eben nicht erfüllt ist, dann kann er sehr, sehr schnell auf andere Faktoren überspringen und kann diese ebenfalls negativ beeinflussen. Also abschließend kann man sagen, dass das Hexagon als eine Art der Friedenstheorie gelten kann. So und nun haben wir kurz darüber gesprochen und jetzt sehen wir hier auch schon das zivilisatorische Hexagon nach Senkhaz. Wir sehen hier schon, es gibt sechs verschiedene Faktoren, die eigentlich alle miteinander verbunden sind, außer hier in dem Fall jetzt zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit und konstruktive Konfliktkultur oder demokratische Partizipation und Interpendenz und Interpendenzen und Affektkontrolle. Die sind nicht miteinander verbunden, aber soweit man das bis jetzt weiß, ist es eigentlich jetzt hier nicht extra so oder nicht extra so gemacht worden, sondern es ist einfach nur eine Art der grafischen Darstellung, die das eben nicht zulässt. Und somit ist das auch schon ein Kritikpunkt, falls ihr irgendwann mal gefragt werdet, was kann man daran kritisieren. Diese Sachen sind eben nicht direkt miteinander verbunden. Da handelt es sich dann eben hier um ein grafisches Problem, was man einfach nicht umsetzen kann, weil es ansonsten auch zu unübersichtlich wäre. Aber das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Um das Ganze natürlich jetzt auch zu verstehen, beziehungsweise wir verstehen ja, dass alles so ein bisschen miteinander verbunden ist und dass diese Faktoren zusammen dann Frieden in einem Land ergeben können, muss man natürlich auch jeden einzelnen Faktor so ein bisschen verstehen. Wenn ihr nachher mal gefragt werdet, in der Klausur oder in der Aufgabe ist, erklärt das mal so ein bisschen. Müsst ihr natürlich auch was zu den einzelnen Faktoren schreiben. Da reicht es nicht, wenn ihr sagt, Rechtsstaatlichkeit soll gegeben sein, sondern ihr müsst auch kurz in einem Satz erläutern, was bedeutet jetzt Rechtsstaatlichkeit in diesem Sinne. Und das können wir jetzt ganz einfach machen, indem wir uns mal kurz jeden Faktor angucken. Und ich denke, dann habt ihr das ganze System eigentlich auch schon verstanden, denn es ist nicht so wirklich schwierig. Man hat einfach sechs Faktoren, die gegeben sein müssen, zumindest zum großen Teil gegeben sein müssen, dass in einem Land Frieden herrscht. Alle Faktoren sind ineinander verbunden. Und dann hat man auch eigentlich alles Wichtige relativ verstanden. Kommen wir nun mal erstmal zum Gewaltmonopol. Das ist mit eines der wichtigsten Faktoren, die auf jeden Fall gegeben sein müssen, denn der Staat, also die Regierung, muss das Gewaltmonopol in einem Land besitzen, beispielsweise durch Polizei, Justiz, Militär, Politik, etc. Man sieht das ganz gut in Deutschland, also man kann sowas immer in Deutschland gut verbinden. Man könnte niemals zum Beispiel in einem Bundesland die Macht übernehmen, indem man sagt, okay, hier regieren wir jetzt. Es ist jetzt egal, Polizei interessiert keinen Menschen mehr bei uns. Wir haben jetzt hier die Macht. Und genau das geht eben in Deutschland nicht. Man hätte dann immer noch die Polizei, das Militär, Justiz, etc., die dann immer noch wieder die Macht sich zurückholen würden. Wenn das funktioniert, dann hat man eben das Gewaltmonopol, das beim Staat liegt. Wenn das aber nicht mehr funktioniert, also die Polizei kann nichts mehr ausrichten, das Militär kann nichts mehr ausrichten im eigenen Land, dann hat das Gewaltmonopol eben nicht mehr der Staat und dann ist dieser Faktor auch nicht mehr gegeben. Also dieser Faktor muss da sein. Der Staat muss immer noch das letzte Wort haben, beziehungsweise der Staat muss immer noch in seinem Land jeden Menschen so gesehen unterdrücken können, beziehungsweise immer noch mehr Macht haben als Gruppierungen, die außerhalb von der Regierung sind. Kommen wir dann zum nächsten Punkt und das ist die Rechtsstaatlichkeit. Hier hat man eine öffentliche demokratische Kontrolle des Gewaltmonopols, also keine staatliche Willkür. Das ist so ein bisschen verbunden mit dem Gewaltmonopol. Also der Staat darf im Prinzip nicht das tun, was er unbedingt möchte, beziehungsweise nicht einzelne Figuren oder nicht einzelne Politiker dürfen sagen, okay, wir machen das jetzt so und so und dann ist fertig, sondern man hat so eine Art öffentliche Kontrolle. Diese demokratische Kontrolle bezieht sich jetzt hier auf Wahlen, also man muss danach immer die Möglichkeit haben, okay, wir wählen den Dingen ab, wenn er nicht das gemacht hat, was man wollte. Aber natürlich auch durch beispielsweise Medien muss das Ganze gegeben sein. Also die Öffentlichkeit muss darüber informiert werden, was macht jetzt genau unser Staat oder was macht jetzt das Gewaltmonopol im Endeffekt. Und diese öffentliche Kontrolle wird häufig durch Medien oder durch andere Institutionen der Informationsweitergabe geleistet. Dadurch entsteht eben zumindest die Wahrscheinlichkeit in vielen Fällen, dass es eben keine staatliche Willkür gibt. Die wird es immer in gewissem Maße geben, genauso wie es immer Korruption geben wird, aber immer noch ein bisschen im Rahmen, dass es eben der Öffentlichkeit nicht zu viel wird beziehungsweise nicht so richtig öffentlich wird. Genau hat man da dann eben diese Kontrolle, die so ein bisschen das Ganze in Grenzen hält. Der nächste Punkt ist die demokratische Partizipation. Also jeder erwachsene Mensch muss an demokratischen Wahlen teilnehmen dürfen und auch eine politische Beteiligung der Bürger muss gegeben sein. Jeder Mensch muss also die Möglichkeit haben, sich politisch einzubringen, also auch in die Politik gehen zu können. Oder beispielsweise, wenn er ein Anliegen hat, muss er die Möglichkeit haben, sich politisch einzubringen, sodass das Anliegen eben gehört wird, beziehungsweise vielleicht auch umgesetzt wird. Und die demokratischen Wahlen, ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen, sie dürfen beispielsweise nicht manipuliert werden oder sie müssen auch geheime Wahlen sein, etc. Da gehören viele Sachen dazu, aber ich denke mal, wenn ihr da schreibt, demokratische Wahlen, da wird euer Lehrer jetzt nichts mehr zu sagen. Das könnt ihr euch nochmal ein bisschen genauer angucken. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, generell zu demokratischen Wahlen, aber hier in dem Fall wird es wahrscheinlich reichen, sagt ihr einfach demokratische Wahlen. Also keine Manipulation beispielsweise. So kommen wir nun zur sozialen Gerechtigkeit. Hier ist wichtig, eine Chancengleichheit zu schaffen. Also jeder Mensch muss mit den gleichen Chancen aufgewachsen sein. Das ist sehr, sehr schwierig. Generell das Wort Gerechtigkeit ist immer ein sehr, sehr subjektiver Begriff. Für manche Leute ist Chancengleichheit Gerechtigkeit. Für manche Leute ist aber auch Ergebnisgleichheit Gerechtigkeit. Man kann das immer so ein bisschen hin und her biegen. Deswegen wird es auch in einer normalen Gesellschaft keine wirkliche Chancengleichheit geben. Es wird nur eine annähernde Chancengleichheit geben. Die dann eben vom System geboten wird. Die wird aber meist in der Realität dann nicht wirklich so umgesetzt werden. In Deutschland sieht man das ja auch, wenn man sich allein anguckt, wie viele Leute Abitur machen, von denen eben die Eltern kein Abitur haben. Da sieht man das ganz deutlich schon. Hier ist auch diese Chancengleichheit nicht 100% gegeben. Vom System zwar schon. Also jeder Mensch kann theoretisch das Abitur machen in Deutschland. Jedoch ist die Chancengleichheit dann in der Realität immer so ein bisschen anders. Aber wenn das halbwegs okay ist, zumindest subjektiv, die von den Menschen als okay empfunden wird, ist das gegeben. Des Weiteren beispielsweise der Gini-Index, der sagt im Prinzip aus, wie gerecht das Vermögen verteilt ist. Also der Gini-Index geht von 0 bis 1 und würde der Gini-Index jetzt 1, den Wert 1 haben, dann hätte eben eine Person alles und der Rest hätte gar nichts. Deswegen sollte er so möglichst relativ gering sein. Das ist auch so eine subjektive Empfindung. Manche Gesellschaften halten da in Anführungszeichen mehr aus und manche eher weniger. Also bei manchen Ländern muss man da eben vorsichtiger sein. Und bei manchen Ländern ist das Ganze nicht ganz so extrem. Des Weiteren noch Sicherung der Grundrechte aller Menschen. Also hier muss man darauf achten, dass auch die unterste Schicht so ein bisschen abgefangen wird. In Deutschland ist das der Sozialstaat, der das Ganze macht. In anderen Ländern muss man eben gucken, wie schafft man es, dass alle Menschen sich irgendwo aufgehoben fühlen beziehungsweise alle Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen leben können. Dann konstruktive Konfliktlösung. Also in einer heterogenen Gesellschaft muss jeder Mensch die Möglichkeit haben, seine Meinung zu äußern. Und ja, Konflikte müssen diplomatisch gelöst werden. Also auf der Straße, wenn ich meine Meinung sage, dann dürfte ich jetzt nicht angegriffen werden dafür. Oder es darf keine Konsequenzen für mich geben dafür, dass ich meine Meinung sage. Und hier muss es eben zu diplomatischen Lösungen kommen. Also zum Beispiel reden, diskutieren, etc. Das ist in manchen Ländern anders. Da spielt der Faktor Gewalt eine höhere Rolle. In Deutschland ist mittlerweile auch Gewalt eigentlich sehr, sehr wenig noch da. Früher war das dann auch mehr. Das sieht man auch in anderen Ländern jetzt noch mehr. Aber mittlerweile in Deutschland ist es ja auch so, dass man eher bei einer Konfliktlösung eher den diplomatischen Weg geht. Und zuletzt nochmal die Interdependenz und die Affektkontrolle. Hierbei geht es um die Selbstkontrolle in Konfliktsituationen und Akzeptanz von unterschiedlichen Ansätzen sowie einer gewaltlosen Konfliktauseinandersetzung. Also hier versucht man, dass es so ein bisschen geht mit ein, mit der konstruktiven Konfliktlösung. Auch hier versucht man, eine Selbstkontrolle in Konfliktsituationen zu erreichen. Also nicht die Kontrolle zu verlieren in Konfliktsituationen, dass man dann Gewalt anwendet. Und natürlich auch die Akzeptanz von unterschiedlichen Ansätzen zu Themen, also unterschiedliche Meinungen. Und dann eben auch die gewaltlose Konfliktauseinandersetzung. Wenn diese Faktoren zum sehr großen Teil erreicht sind, dann kann es in einem Land Frieden geben. Ansonsten ist der Frieden sehr, sehr gefährdet. Denn durch Faktoren, die eben nicht gegeben sind, werden andere Faktoren ebenfalls negativ beeinflusst. Das sieht man, wenn man sich jetzt anguckt hier beispielsweise, das Gewaltmonopol. Wenn es das nicht mehr gibt, dann gibt es auch wirklich keine Rechtsstaatlichkeit mehr und auch keine demokratische Partizipation. Und damit hat man dann auch ein Problem, was den Frieden in einem Land angeht. So, das war es auch schon mit dem Video. Falls ich euch geholfen habe, würde ich mich sagen, wenn ich ein Abo und ein Like freue. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein und ciao.